Und wieder einmal schlägt er zu, der Schneckenmann in Ungarn. Diesmal mit Verstärkung von zwei Babyschnecken. Sie laufen neben dem Regionalzug her, um darauf aufmerksam zu machen, wie langsam dieser Zug fährt. Im Schneckentempo fährt der Zug nämlich zwischen Debrecen und Matysalka, da es auf der Strecke 48 Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt. Untertitelung. BR 2018